Anlagenbau mit Pfiff Die Wenka GmbH & Co. KG ist ein in Deutschland und in den USA ansässiger Generalunternehmer mit internationaler Ausrichtung, der sich auf den Bereich Metallverarbeitung in allen Facetten spezialisiert hat und auf den Kundenbedarf zugeschnittene Komplettlösungen inklusive Planung anbietet. Das in der dritten Generation familiengeführte Unternehmen punktet darüber hinaus durch eine eigene Forschung, die unter anderem im Jahr 2017 die Wenka Panelsysteme neu entwickelt und brandschutztechnisch zertifiziert hat. Im Schiffbau baut Wenka Crew- und Passagierkabinen aus extrem hochwertigem und gleichzeitig leichtem Material, das zudem exzellente Schall- und Brandschutzeigenschaften aufweist. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal sind die vorgefertigten Raummodule Klimaliner mit integrierter technischer Ausstattung und Ausrüstung, mit denen sich mehrstöckige Wohn- und Arbeitsgebäude errichten lassen. Wenka kreiert damit eine clevere Antwort auf die voranschreitende Bauflächenknappheit in den Städten. Eine weitere Eigenentwicklung ist das Ergolux-System, ein Hightech-Lichttunnel für die Qualitätskontrollen bei der Oberflächeninspektion, etwa im Automobilbau. Insgesamt 65 neue Arbeitsplätze, darunter 20 Ausbildungsplätze und 5 Stellen für Praktikanten bzw. Werksstudenten, konnten innerhalb der letzten 4 Jahre geschaffen werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017